Im heurigen Global Drucker Forum fanden sich Manager und Wissenschaftler aus allen Welt in Wien ein, um die Rolle der Humanität im digitalen Zeitalter zu thematisieren. Das Spannungsfeld von Technologieentwicklung und Big Data gegenüber Menschlichkeit und Privatsphäre war eines der großen Diskussionspunkte. Die Herausforderung, die wir alle heute sind, ist, dass jeder auf die Technologie fokussiert. Neue Technologie, neue Ideen, neue Profit, neue Marktkappen. Das ist deshalb, dass wir von der Technologie ansehen müssen, um mehr Organisation und Kultur zu machen, und diese Agenda zu machen. Unsere Humanität hat viele verschiedene Dimensionen. Die heutige Generation von Technologie bringt den dunklen Seite unserer Humanität. Aber es gibt eine Möglichkeit, wenn wir die richtige Narrative bekommen, um Menschen zu mobilisieren und zu motivieren, um die positive Seite unserer Humanität zu erzeugen, und um die Technologie als Enabler zu erzeugen, um die positive Seite unserer Humanität zu erzeugen. Wie wichtig Privatsphäre und Datenschutz in diesem Zusammenhang sind, wurde von vielen Referenten angesprochen. Dazu Sherry Turkle vom Massachusetts Institute of Technology, die ihr neues Buch Reclaiming Conversation vorstellt. Ich denke, dass es keine Demokratie ohne Privatsphäre gibt, und ich denke, dass es keine Intimität ohne Privatsphäre gibt. Und ich habe das in der Reclaiming Conversation darüber diskutiert. Und ich denke, dass die Privatsphäre die große Geschichte der nächsten Jahrzehnte sein wird. Wir haben eine Reclaming Conversation, Reclaming Privatsphäre, Reclaming Intimität. Durch die digitale Technologieentwicklung sind persönliche Daten Grundlagen für Businesspläne und Marketingkampagnen geworden. Dadurch wird der Schutz der Privatsphäre und die Verfügungsgewalt über diese Daten zum Thema. Der amerikanische Management-Guru John Hagel III. spricht sich für ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus. Ich denke, heute, das ist eine große Herausforderung. Ich denke, die Technologie ist mehr und mehr stärker, in terms of capturing mehr Daten über uns, nicht nur wenn wir online, aber auch in der physischen Raum, als wir in der physischen Raum gehen. Und so, ich denke, das ist eine große Herausforderung. Wer hat das Recht auf das Daten? Meine eigene Meinung nach, ist die Art, die wir das tun haben, ist, dass wir das mit der Plattformen und Geschäftsmodell mit dem wir als Einzelnen, können wir unsere eigenen Daten und die Däute machen, und machen die Decisionen über, wer solltet ihr, mit welchen Termen und Konten zu erhalten. Und dann, dass wir, in diesem Moment, werden wir uns selbst kreieren. für uns selbst.